Supermodel Heidi Klum macht jetzt hochwertige Mode für den deutschen Discounter Lidl. Der Hofer-Konkurrent will mit 100 Filialen in die Vereinigten Staaten expandieren. Mit Heidi Klum im Boot will Lidl sein Textilangebot für seine Kunden dauerhaft aufwerten und modische Trends setzen. Dass die Wahl auf die Model Mama fällt, ist keiner Überraschung. Heidi ist weltweit ein bekanntes Werbegesicht. In Amerika moderiert sie die bekannte TV-Show Project Runway, dort bewertet sie wöchentlich die Entwürfe von Jungdesignern. Jetzt setzt die fesche Blondine selbst einen Malblock. Ich hoffe, dass meine Kollektion, die ich für Lidl kreiert habe, gefällt. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wie auch ich hat Lidl einen sehr hohen Anspruch an tolle Produkte in guter Qualität zu einem super Preis. Denn Mode soll Spaß machen und jeder sollte sich diese Freude leisten können, so die Germany's Next Topmodel-Moderatorin. Mehrmals im Jahr will Lidl nun eigene Fashion-Kollektionen rausbringen. Die Kleidungsstücke der sogenannten Lidl Fashion Week gibt es dann international in allen Lidl-Filialen und in den Online-Shops. Den Anfang macht der Discounter nun also mit Heidi Klum. Erhältlich ist die Kollektion dann ab Herbst. Erhältlich ist die Fragestion dann abgerist.